Hey Leute und Willkommen, ich bin Aurel und ja, ich wollte euch nur ganz kurz vor diesem Video sagen, dass das folgende Video erst ab der zweiten Runde genommen wurde, weil es doch etwas lang war. Also ich hatte zwar wenig Zeit und das wurde dann zwar etwas knapp, aber das Video war insgesamt doch länger, als ich gedacht hatte. Und ja, das wollte ich euch einfach nur sagen, deswegen nicht wundern, wenn ich sage, Willkommen in der zweiten Runde oder so. Ja, außerdem habt ihr in der ersten Runde auch nicht viel verpasst und insofern würde ich sagen, springen wir in die erste Runde. Bis gleich. So, da sind wir in der zweiten Runde und Leute, ja, ich habe heute wenig Zeit, deswegen auf Labyrinth. Okay, ich kriege gar keine Kiste. Oh doch, eine gute. Leute, Leute, wir haben gar kein Schwert. Ja, okay, Rüstung bringt uns jetzt eigentlich auch nicht sonderlich viel. Das kümmere ich mich eigentlich erst um meine... Naja, Leute, oh okay, ein Schwert haben wir auch. Dann passt alles. Leute, jetzt passt alles. Okay, ich würde mal sagen, wir sind ganz gut ausgerüstet. Ich bedenke mich in zwei Sekunden. Und da ist ein... Gut. Scheiße. Ja, okay, danke für den Hild. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob er tot ist, ob er lebt. Ist mir aber auch eigentlich, ich weiß nicht. Ah, ist unser Maid. Okay, er ist eben von... Der von eben ist tot. Der auch. Ja, ich mache nochmal eine ganz kurze Runde und deswegen... Nein, ich habe nie... Ich habe schon wieder in die Kiste geguckt. Ich darf einfach nicht Block hinten in solchen engen Räumen. Ich habe mir das aber irgendwie angewöhnt. Okay. Beispieler. Wir sind im Finale. Leute, wie gesagt, ich mache heute nur eine ganz kurze Runde, weil ich echt wenig Zeit habe. Demnächst werden auf jeden Fall mehr Runden kommen. Leute, eine Runde machen wir noch. So Leute, auf der dritten Runde und ja Leute, heute... Äh, heute was? Jetzt habe ich mir überlegt, machen wir doch eine kleine Abschiedsrunde, weil die Runden eben... Ging wirklich ein bisschen schneller. Okay, habe ich ein bisschen mit Erfahrungsflächen abgeworfen. Ah, okay. Aber Leute, wir haben alles, was wir wollten. Oder ich. Hört, wie gesagt, ich mache das mit dem Wir nicht irgendwie, weil ich die Community meine. Ich meine, das könnte man natürlich auch sagen. Ja, ich meine das auch als Community. Natürlich, klar. Aber ich habe mir das einfach angewöhnt, weil ich so lange mit einem Kumpel, wie ihr wisst, oder ich hoffe, die meisten wissen, YouTube gemacht habe, dass ich einfach mir angewöhnt habe, wir machen dies, wir machen das zu sagen. Und ja Leute, es ist so ein bisschen... Ja, es ist einfach eine kleine Angewöhnung. Müsst ihr mir nicht übel nehmen. Also, ja. Okay. Oh, unser Mate hat ziemlich scheiße. Cool, hier. Und hier. 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 Und wir haben keine Schuhe. Egal. Ich finde, das sieht immer so hässlich aus, Alter. Leute, ich finde, das sieht immer richtig hässlich aus, wenn man keine Schuhe hat. Okay, ich schreibe Danke. Ich schreibe Wüte. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber. Was hat der denn da bitte für ein K, Alter? Was ist das? Okay, Leute, ich würde sagen, wir holen uns die jetzt. Oder wir versuchen es zumindest. Also, ich bin ja schon ganz gut ergriffen. Von ihm geht's so. Ich habe ihm jetzt ein bisschen Zeug gegeben. Okay, zum Glück haben wir unser Knockback-Schwert. Knockback. Und das ist doch Knockback. Egal, Knockback. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Fuck. Irgendwie. Egal. Leute, ich würde sagen, ja. Und? Ich würde sagen, ja. Was? Ich würde sagen, ihr schreibt mir auf jeden Fall noch weiter Challenges in die... Komm, okay. Abgestaut. Ah, ich sterbe. Ah, ist unser Maid. Okay. Okay, er ist verbrannt, Leute. Sorry, dass es so still war, aber es war gerade echt... Nein. Es war gerade echt irgendwie spannend. Okay, ich bin voll hier. Oh, unser Maid lebt. Okay. Hier, Maid. Hier. Hier. Okay, Leute. Ja, ich glaube, das wird nochmal eine ganz geile Abschlussrunde. Das freu' ich nicht. Ja, haben wir schon ein paar Kills abgestaut. Richtig asozial, aber passt schon. Loll, liegt der Fister. Alter. Aber ich glaube, ich lasse ihn das jetzt erst mal. Ja, das heißt, einer ist allein. Ne, zwei sind sogar alleine. Okay, die sollten wir auch bekommen. Oh, du. Oh, nee, wie er fällt jetzt. Hä? Nein, ich habe ihm die Brust nicht gegeben. Digi, nein, warte, warte, warte. Naja, ich muss mal gucken, wie das so wird. Alter. Oh mein Gott. Ich bin gerade um einen Haar da runtergesprungen. Okay. Die Runde wird ganz cool, schätze ich mal. Oder die Runden. Denn. Ja, Leute. Auf jeden Fall. Ja. Was ist denn? Ist da hinten jetzt einer? Nee, also man sieht noch keinen. Ja, okay, die nächste. Okay, da ist der nächste Gegner. Oder die nächsten Gegner, ja. Ich weiß es nicht. Aber, Leute. Ich glaube, das wird echt eine ganz coole Runde. Also, ja. Bisher ist sie echt cool. Ich labe schon wieder völligen Bullshit. Nein. 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 Das gibt es nicht. Was? Oh mein Gott. Wir sind ganz ernsthaft beide durch das gleiche Loch gefallen. Naja, Leute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, Challenges und dein Hashtag Challenge in die Kommentare. Und ich werde sie machen. Und ja, dann war es das jetzt heute schon mit einem etwas kürzeren Video. Ich glaube, es war etwas kürzer. Und ja, dann würde ich sagen, freut euch aufs nächste Video. Haut rein und tschausen.